Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die. So heute wie angekündigt, diesmal nach Plan, nicht so wie gestern, werden wir uns um die Mauer hier kümmern. Die werden wir ein bisschen kürzen und abändern. Da muss ich jetzt aufpassen, wo fange ich da am besten an? Ich glaube auf der anderen Seite. Weil wir haben gesagt, die Höhe da drüben, die reicht uns ja. Ähm, ich mache mir zunächst einmal eine Stufe, dass ich da hochkomme. Das dürfte ich gar nicht wegmachen hier. Wir müssen hier noch abtragen, gell? Äh, ja, müssen wir. Machen wir erstmal. So, wir haben gesagt. Jetzt bin ich doch runtergefallen, Ziff Fix. Kurz Ausschau halten, wegen irgendwelcher Feinde. Na, und Geronimo. Ah, hat geklappt. Uh. So, fangen wir an. Jetzt komme ich auf eine blöde Idee, gell? Jetzt komme ich auf eine echt blöde Idee. Das Ding wegspringen. Ah. Ist das so eine klune Idee? Ich bin schon beim Überlegen, ob ich da irgendwo noch Lichter hinstelle, damit man einfach früher sieht, ob hier wer kommt bei Nacht. Das ist das Ding. Das dauert schon lange, gell? Ah, guck an. Im Augenwinkel gesehen. Wo kommen die denn jetzt her? War das echt schon gerecht zum Triggern? Das waren jetzt ordentlich viele, gell? Doch, so, Quizfrage. Zwar, so weit habe ich nie gespielt, weil ich habe auch noch die Demolitioner noch nicht in Aktion gesehen. Die Schreierin, die kommt ja in unterschiedlichen, die kommt ja random vorbei und erstattet uns einen Besuch. Aber wenn die uns erwischt, dann schreit die ja kurz und lockt andere damit an. So, Frage. Lockt die dann auch im späteren Spielverlauf, äh, auch diese Ops und Demolitioner an? Weil die sind ja luzifermäßig unterwegs, gell? Aber jetzt fand ich das schon, von der Anzahl her, war das schon eine Menge, gell? Hm. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Hat er eine geschrien, Neger? Du weißt es nicht, du weißt es nicht. Du weißt es nicht, du weißt es nicht, du weißt es nicht. Was ich jetzt auch bei anderen gesehen habe, dass die Zombies anscheinend irgendwie umprogrammiert worden sind oder hingestellt worden sind. Dass die Zombies nur noch den geringsten und kürzesten Weg zu einem suchen. Ja, also da wo der geringste Widerstand ist, beziehungsweise den kürzesten Weg zu dir. Da spielt es keine Rolle, ob man den im Laufweg macht oder nicht. Ist das wirklich so? Ja, also den Test, den man da gemacht hat oder den man da ausprobiert hat, da war das so. Dass sie den Laufweg gar nicht gefolgt haben, sondern haben einfach den kürzesten Weg gesucht. Hat sie da irgendwie Erfahrung gemacht mit? Weil mir ist das so noch nicht aufgefallen. Weil wenn das so wäre, wäre das ja schon ziemlich krass. So, jetzt pass auf, jetzt hole ich mal schnell... Ähm... Dynamit? Oder Rohrbomben, besser gesagt. Weil Dynamit haben wir, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, Dynamit hätte eine andere Sprengkraft als die Rohrbombe. Da habe ich auch noch keine Erfahrung mitgemacht. Deswegen probieren wir das jetzt einmal aus. Ähm... Bei Munition habe ich die mit drin, ne, gell? Elf Stück haben wir? Ajo. So. Hätte ich... Ah, warte. Noch mal ein bisschen Sprengmeister. So, zack. Die nehmen wir mit. Gut. Schauen wir mal, ob das klappt. Weil die Bohrerei ist schon echt... Ist schon viel Arbeit. Ist viel Arbeit, ja. Hm. So. So, jetzt habe ich mir das wie folgt vorgestellt. Wo ist einfach mal hier so zwei Steine weg? Tango mal noch. Wir probieren es erstmal mit einem. Das hat ja mal nix gebracht. Was ist denn da los? Huch, ich fall gleich. Hä? Ist die doch da hinten gewesen? Habe ich das so falsch gehört? Ich höre es mir auf dem linken Ohr. So viel zum Thema Sprengmeister auch, gell? Das darf halt net sein, gell. Da muss ne Plattform hin. Da müssen wir uns was überlegen. Definitiv. Da müssen wir uns was... Oh, jetzt habe ich die echt weggepackt. Ähm, da müssen wir uns was überlegen. Wie wir das am geschicktesten machen. Oh, scheiße. Warte mal. Das ist ja... Hm, okay. Zu tief kann ich da gar nicht runtergehen. Weil das hier wäre ja voll die Einladung. Wenn man überlegt, wie hoch die Wand ist. Das ist ja... Hund, thumb. Oh, nein... Oh! Ist ein bisschen riskant, müssen wir aufpassen. Also ich muss jetzt erstmal damit rechnen, dass die mir dann da reinspringen. Oder? Ne, die können nicht so hoch springen, gell? Dass sie drüber kommen. Mach das von innen. So. Okay, das mach ich lieber von innen. Verstaue ich mir jetzt was von der Höhe? Ah, Dusel. So. 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 Das dürfte theoretisch ja nicht fallen, gell? Ich hier mal so die Bahn ziehe. Ein bisschen vorbereiten. Machen wir bis dahin. Weil das dauert jetzt ein Stückchen. Oder mach das einfach jetzt so. So Stück für Stück. Okay. So. ist die bessere variante ich höre die ganze zeit was vielleicht doch nur phantom geräusche weiß es gar nicht bist du okay was wollte ich gerade sagen das ist jetzt recht sehr gemütlich wir strukturieren die base des lohn was jetzt zweckmäßig und was nicht zweckmäßig ist das war aber auch schon irgendwo klar dass wir jetzt leichte umbaumaßnahmen noch mal durchführen werden ich denke mal das ist normal nichts ist perfekt auf anhieb was mir jetzt ein bisschen bedenken macht ist da der hügel die können ja da direkt rüber springen und rüberfallen was passiert eigentlich wenn ich das da weg nehmen oh scheiße okay er bleibt auch mitten drauf stehen ich bin noch ein deb so so es ist ein gutes stück noch gell aber ich muss gleich noch mal reingehen und mir ein reparaturkittel so so, gleich ist er durch so, jetzt müsste ich mal runter gehen und schnell ein Kit holen noch knapp so schnell reparieren und gleich nochmal weitermachen wir haben schon 2 Uhr in der Nacht so 1 reicht, gell 1 reicht reparieren kurzer Moment bitte was ist denn jetzt da muss ich gleich mal prüfen so, der ist wieder ganz das haben wir noch genug was wollte ich jetzt noch mitnehmen ich wollte noch irgendwas machen ja gut, die Rohrbomben können wir nochmal zurücklegen so gerade, ich habe gedacht die zerfetzt wenigstens rein dass wir da ein bisschen zügiger die Wand abbauen können ach ja, jetzt füllt es mir wieder ein pass auf was mir auch gerade so durch den Kopf gegangen ist wir haben ja hier noch 9 Steine, gell die verlegen wir noch weil ich möchte mir was vorzeichnen quasi so gesehen ah, die Nacht ist ja schon ganz schön lästig ähm, was vorzeichnen so kleine Plattformen für die ähm für die Geschütze das machen wir aber nachdem wir das hier eingerissen haben ist trotzdem sehr sehr laut, gell so so Haben wir das Glück geschafft, passt. Nee, sehr gut. So, haben wir die Höhe. Bin ich ja schon fast der Meinung. Nee, das lassen wir jetzt so. Die Höhe muss reichen. Das, das, das. Ja, ja. Bin ich schon mal überlegen, ob wir da drüben, wenn ich das so anpasste, dass es ein bisschen gespiegelt aussieht. Wie weit werden das? Schon ein gutes Stück, gell? Das ist einmal hier die Linie durch. Mhm. Müssen wir mal im Kopf behalten. So, ich habe ja noch die anderen Steine mitgebracht. So, hier könnten wir uns eine Plattform hinbauen. Na, na. Geht das? Ja. Muss ich überlegen. Muss ich eine Plattform hinbauen? Eigentlich nicht. Nee, komm, lass mal gut sein. Ist eigentlich blöd, weil ich hätte hier gerne das Geschütz... Ja doch, das macht schon Sinn, die ein bisschen rauszuverlegen. So. Da kommt ein Geschütz hin. Und hier so ein bisschen in die Mitte rein. Das könnte schon in die Mitte sein, gell? Mal hier einen hin. Ach, scheiße. Ah, Genasi. Jetzt bist du runtergefallen. Und da oben. So, das hat drei Geschütze hinkommen. Später mal, wenn wir die Zeit haben, hier müssen wir dann alles wegmachen. Und mit Platten auslegen. So, Hammer gemacht. Sehr gut. So. Da bin ich auch noch beim Überlegen, ob ich da einfach so eine Glasfront reinzimmer. Aber wir werden das nie nutzen, um mal irgendwie... Äh, zur Abwehr für die Base oder für die Zombies nutzen. Das wird nie funktionieren, glaube ich. Ja. So, so, so. Genau, und hier werde ich das alles noch wegmachen. Das könnten wir rein theoretisch noch in der nächsten Folge machen. Als Anfang. Dass wir hier anfangen, den Berg ein bisschen abzutragen. Ähm, um dann da eben schon mal anzufangen, die Platten zu legen. Damit die hier auf einer Höhe sind. Vielleicht mache ich die auch noch weg. Um eins tiefer. Und da genauso. Dass es einmal ringsrum eine Platten ist. Die Platten sollten einfach nur gewährleisten, dass die sich nicht eingraben. Mehr hat das eigentlich gar keinen Sinn. In meinen Augen. Genau. Und ich denke, hier die Seite. Die hier. Werde ich anpassen mit der, damit es ein bisschen einheitlicher ist. Bis nach vorne. Und dann geht es da auch so stufenweise runter. Ja, das ist eine Idee. Das kann man machen. Ja, dann kommt hier ein Geschütz hin. Habe ich mir überlegt, dass wir hier vielleicht noch so ein kleines Generatorenhäuschen hinbauen. Weil dann würde es auch Sinn machen, dass hier die, die, äh, der Wartungsweg noch ist. Dann bauen wir hier noch so ein kleines Wartungshäuschen hin. Mit zwei, drei Generatoren. Genau. Ähm, müssen mal gucken, wie die Generatoren die Kabel ausreichen von der Länge her. Aber ich glaube nicht. Da brauchen wir schon zwei. Ja, dass wir da so zwei Häuschen hinsetzen. Ist eigentlich eine Idee. Genau. Und hier habe ich mir überlegt, dass wir hier, äh, zwei Blockfenster reinsetzen. Bis nach vorne. Pass auf. Huch. Habe ich fast runtergefallen. Ja, dann machen wir das hier quasi voll. Müsste man eigentlich abzählen, wie viele das sind. Komm, die sechs Blöcke machen wir noch, oder? Ah, ich fange einfach im Eck an und dann gucke ich mal. Da haben wir jetzt eins, zwei, drei. Ja. Das sind drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf. Elf Blöcke. Fängst du mal hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Zack, hier ist das Ende. Da legen wir dir halt noch die sechs Blöcke. Da sind die verräumt. Gut. Dann machen wir das auch in der nächsten Folge. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Dann müssen wir noch ein bisschen Spikes verlegen. Aber das lohnt sich eigentlich eher erst, wenn wir die Platten einmal ringsherum gesetzt haben. Komplett. Aber ich will da hinten die Schwachstelle einfach weg haben. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Haben doch gut was gerissen. Einfach nur die Wand da weggezimmert. Eigentlich nicht viel, gell. Aber trotzdem gemütlich. Warum nicht? Muss auch mal sein. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Und ich bedanke mich wie immer bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder mit dabei seid bei Seven Days to Die. Tschau. Macht es gut.